hallo zusammen und willkommen zu einem neuen video ja heute bin ich wieder auf tour und das wetter ist einfach nur ein träumchen heute hätte ich gar nicht mit gerechnet dass hier oben im norden zu der jahre ist noch so schön das wetter sein kann ja ursprünglich wollte ich einen anderen windpark besuchen und bin dann aber aus dem zug raus gesprungen weil ich aus dem zug diese drei raritäten hier entdeckt habe das sind wenn sie es 100 auf gittermast echte raritäten wenn sie es sieht man ja sowieso nicht so häufig und schon gar nicht auf einem gittermast noch nie gesehen richtig cool ja und die stehen auf einem butzkies stahlturm butzkies stahlbau ist eine firma hier aus krempe hier im nachbarort die die anlagen die türme für die anderen gebaut haben ja sehr cool schaue ich mir jetzt auf jeden fall mal aus der nähe an bis gleich so jetzt stehe ich hier unterhalb einer wences anlage sehr coole konstruktion dieser turm habe jetzt auch schon mal ein paar andere anlagen auf gittertürmen gesehen aber der turm hier ist noch mal etwas anders unten relativ breit und dann verjüngt er sich nach oben und ist dann oben ziemlich schmal und oben ist dann noch mal so ein stahlsegment drauf ist auch wieder sehr sehr windig heute anlagen laufen ziemlich zackig ja auch das erste mal dass ich eine wences 100 sehe bisher immer nur die 112 oder 120 gesehen gibt es auch glaube ich gar nicht so oft von daher ist das hier schon eine kleine rarität kommt einem jetzt gar nicht so vor dass die 100 meter namen höhe haben kommt kommt einem kleiner vor ja da drüben noch mal die beiden anderen sieht schon cool aus gittertürme baut man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr ja erstens weil sie halt zu teuer sind und zu gar nicht hoch genug und auch für vögel und so ist es nicht so ideal weil die die setzen sich da gerne drauf und man will die vögel ja nicht anlocken sondern eher abhalten ja hier sieht man es noch mal also das stahlsegment ist nicht weiß sondern sieht halt echt aus wie so ein graues stück stahl bei den anderen anlagen ist es ja normalerweise immer so weiß lackiert wie der turm aber hier ist einfach grau richtig cool ich freue mich immer wenn ich wenn sie es anlagen sehe weil die echt so eine rarität sind das nummer drei ja im saarland sieht man sie halt viel wo sie herkommen und aber hier glaube ich im norden stehen auch einige ja als ich die gesehen habe vom zug aus dachte ich muss ich unbedingt aussteigen also will ich mir auf jeden fall anschauen ja ich stelle mich jetzt mal noch drunter gucken ob ich irgendwie noch ein datenblatt finde und werde mal noch mit der drohne fliegen ja hier sieht man jetzt noch mal schönes datenblatt da stehen die ganzen technischen daten drauf wenn es ist 100 2,5 megawatt baujahr 2013 roter 100 meter nabenhöhe 100 meter gesamthöhe 150 ja hier steht auch noch mal butzkies stahlbau gmbh aus krempe da bin ich gerade eben im rad vorbeigefahren direkt hier im nachbarort und die haben den turm hier entwickelt sehr cool direkt vor ihrer eigenen haustür oder noch mal die daten von wenses aus neunkirchen habe ich ja schon mal eine werksführung gemacht ja liebe grüße an wenses und ich stehe hier gerade unterm turm hier sieht man schön den personenaufzug mit dem geht es dann nach oben und ich stelle mich jetzt mal direkt unten drunter in die mitte da hat man noch mal einen coolen blick nach oben sieht schon geil aus richtig cool diese konstruktion ja die gittertürme sieht man halt echt selten also man sieht halt immer nur die stahltürme und gittertürme sind halt echt immer was besonderes ja also ich glaube diese butzkies stahlbau firma ist jetzt auch nicht spezialisiert hier auf windradmasten aber ja hat sich vielleicht angeboten und ja cool das ist mit wenses zusammen gemacht haben ich war jetzt gleich noch zu einem anderen windpark da steht auch noch mal eine das war dann glaube ich der prototyp dieses turms und dann hier die drei jetzt stehe ich hier nochmal bei einer anderen anlage der nördlichen laufen auch echt ziemlich schnell also habe ich in süddeutschland noch nie so schnell laufen sehen das holen sie immer nur so vor sich hin aber ist echt cool die anlagen mal so auf volllast zu sehen dachte auch vom zug aus es sind 112er oder 120er aber mit einer 100er hätte ich jetzt nicht gerechnet ich dachte die gibt es nur ein zwei mal aber dann gehören die hier scheinbar dazu cool dass ich jetzt auch mal die wenses 100 gesehen habe ja optisch eigentlich wie die 112er oder 120er da drüben ist die andere mittlere ja echtes highlight ja und im hintergrund sieht man einen anderen windpark den ich jetzt noch besuchen will das ist der windpark neuenbrook nochmal jede menge senvion ja aber auf der herfahrt habe ich dann auch zufällig festgestellt dass da auch eine neue wenses anlage noch gebaut wurde bzw auch noch andere wenses anlagen stehen da hinten steht eine neue wenses 115 dürfte auch so eine der ersten in deutschland sein sehr cool und wenses 77 stehen hier auch noch also einige wenses hier in der region und die will ich mir auf jeden fall noch aus der nähe anschauen ja zu dem windpark hier gibt es ja jetzt nicht mehr so viel zu erzählen sind ja dreimal die gleichen anlagen schreibt gerne mal in die kommentare was was ihr denkt wie die anlagen findet anschluss habe ich noch mal ein paar drohnen aufnahmen für euch richtig schön bei dem tollen wetter ja und dann sehen wir uns jetzt gleich im windpark neuenbrook vielleicht bis dahin halt die ohren steif und bis dann auch bis dann so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018